Willkommen bei Gruppenspiel Nummer 1 hier bei der EM 2024. Wer setzt das erste Ausrufezeichen? Jetzt erleben wir es. Willkommen in diesem tollen Stadion. Mein Name ist Volfuß und der Kollege Koppelkamp wird dieses Spiel wie gewohnt mit mir zusammen kommentieren. Wir zeigen Ihnen also das erste Gruppenspiel der EM 2024. Besser könnte die Stimmung im Stadion gar nicht sein. Die Spannung ist mit Händen greifbar. Aus meiner Sicht ein sehr reizvolles Gruppenspiel. Beide können sich kaum einen Punktverlust leisten. Müssen auf Sieg gehen. Das ist ein sehr reizvolles Gruppenspiel. Das ist ein sehr reizvolles Gruppenspiel. Das ist ein sehr reizvolles Gruppenspiel. Das ist die heutige Aufstellung von Schottland. Sie entscheiden sich für ein 3-5-2. Das ist natürlich eine Taktik, mit der du viele Varianten für den Spielaufbau hast, viele Optionen. Du bist kaum ausrechenbar für den Gegner. Ein reizvoller Handplatz. Ich douche es, die nicht glücklich sind. 알고 20 Stars! Und zwar die künры stole, Ministry лучfranekte這樣的 G baddunen. Aber Schottland ist für mich über 20rei порa gesetzt awarding. Und zwar die ersten Schottland. Aber es municipalities werden über 18 refuses. Und zwar die größte Flexionale dólar. Also die mehrere insisted. Das liegt bei dieser P globale valt algún in i洲 so-ential phi聽 sind. Und so werden sie heute dieses Spiel angehen. Auf der Torhüterposition Jad Sommer war mir ein schweres Spiel. Und sie versuchen es heute mit zwei Stürmern. Da bin ich mal gespannt, wie das dann im Spiel aussehen wird. Der Schiedsrichter pfeift diese Partie an. Es gibt jetzt die Gelegenheit. Jetzt wird die Chance entstehen. Die Flacke geht in den Stadten. Das war Regenfahrt hier. Das ist die Flacke. Vagas. Vagas. Das sind die Flacke. Das sind die Flacke. Der Flacke. Das ist die Flacke. Das ist die Flacke. Das ist die Flacke. Das war's gut. Und jetzt noch mal kurz wiederholen, dass es zwei gab's und dann gibt's natürlich König zurecht gilt, war natürlich nicht zu beschweren. Das war's gut. Das war's gut. Das war technisch herausragend, aber da steht eigentlich alles, da steht nur die Entscheidung. Das war's gut. Das war's gut. Das war's gut. So, da hätten wir also das 1 zu 0. Mal sehen, wie's hier weitergeht. Das war's gut. 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 Der Schiedsrichter pfeift ab und es geht in die Pause. Im bisherigen Spielverlauf haben wir eine gute Leistung gesehen, oder Buschi? Ja, kurz vor der Pause hat er sie in Führung gebracht. Das war natürlich extrem wichtig. Eine sehr gute Aktion von ihm. Der Schenke, Vagas, Maleroberung, Ellips. Alle Zeiten ausgeklärt sind, ich bin nicht ausgelöst. Herr Drusser! Ich bin nicht ausgelöst, ich bin nicht ausgelöst, ich bin nicht ausgelöst, ich bin nicht ausgelöst. Herr Drusser! J. Kamping. Ganz in der Gischung. Chukka, Chukka. Und die Chukka! Chukka! desdee! Chukka, Chukka. Die Kanzi ist in Station. Kürsse! Kürsse! Das ist ganz energetisch. Für mich sind sie da aktuell, bin ich zu passiv. Schöner Hände, Leute, ich bin sicher. Aber da hört doch nichts aus. Vielleicht die Konterschance. So können sie nicht mehr nachmachen. Jetzt ist die Reise hier. Wir haben 2 Oktober. In den letzten Jahren so lange eröffnet man sich. Oh, ich bin sicher. Es ist nur das Gmetschanger im Orden. So ist das Gmetschen. Egi kommt in die Mitte, da kann er jetzt erst mal her. Und jetzt sind hier noch 20 Minuten zum Spiel. Gut gemacht, gutes Deckdick. Und da geht er vorbei. . . . . Das ist die Zähne. ...weil, Chicago, Legans... ...Aquadai... ...Colum McGregor... ...weil der Vortrein... ...mal 10, 2, 1... ...Nachlein... 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 ...Koreksi... ...R sug- Das war's für heute. Gutes Pressing jetzt, der Blick zur Uhr, noch 7 Minuten. Hier mit einem Tor hinten. Klar, noch wäre die Werte, noch wäre die Angst. Die Gartenzahlung rein, wie verspricht der Spieler, und die CD wahrscheinlich glänzt, Stattdorf, der hat sich zu Hause gleich um den Punkt. Oh, 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 oh! Und das hat sich dann noch nicht mehr zu sehen. Oh, oh, oh! Oh, oh, oh! Oh, oh, oh! Oh, oh! Oh, oh, oh! Sieht mal denn? Mach alles gut, mach alles richtig gut! Das stellen Sie doch mehr! Das müssen Sie besser machen. Den Nachschuss darfst du so gar nicht erst zulassen. Wir schauen uns die Wiederholung noch mal an. Die erste Chance noch ganz separiert. Aber dann die nächste Chance und die wird gewandt. Er hat heute wirklich gut gespielt, Fuschi. Klar, wenn du ein Tor in so einem Spiel erzielst, dann darfst du dich feiern lassen. Das war ein richtig guter Aufenthalt. ... ... ... ... ... ... Untertitelung des ZDF, 2020